Niederbayern Er hatte doch die sicheren Spirelli GTX drauf Wie konnte das passieren? Das neue Auto, die neuen Reifen Wie konnte das passieren? Es hat gestunken im Ruhrgebiet Achttausend, die im Koma liegen Die anderen sind beim Evakuieren erstrickt Die Prominenten haben sich in Sauerland verdrückt Wie konnte das passieren? Die neuen Hülfen, die neuen Väter Wie konnte das passieren? Sankt in Melk im Südatlantik Ronny und Leo blühten die Panik Keiner hat zuerst den Knack gedrückt Da spielte wohl mal wieder so ne Scheitern Kein Wetterlantik Wie konnte das passieren? Die neuen Hülfen, die neuen Waffen Wie konnte das passieren? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017